Die ganzen Lederhersteller haben so eine Variante von Möglichkeiten aus ein und der gleichen Haut unterschiedlichste Optiken und Zurichtungen, wie man sagt, zu machen. Und dann können die zum Beispiel auch sowas machen. Der Vorteil ist, man muss nicht nähen können. Man muss doch wissen, wie es passiert. Weiter, 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 weiter. Und jetzt kommt hier rein. 49,5, glaube ich. Das ist gut für mich. Für mich. Das ist für Michael Jordan. Michael Jordan. Ich meine, ich bin zu Begin. Ich bin zu 50івer. Weil du fast mich am 30. останu. Das ist für mich. Ich bin zu 35.